Hallo und herzlich willkommen zu deinem Powerful Podcast, dem Podcast für mehr Mut, mehr Stärke, mehr du selbst. Heute eine mutige Powerfrau im Interview, die liebe Claudia. Die liebe Claudia ist Unternehmerin seit unschlagbaren 22 Jahren. Sie ist 49 Jahre jung und wird uns heute so ein bisschen auf ihre Reise mitnehmen, was sich die letzten 49 Jahre getan hat. Wird uns erzählen, ob sie immer schon Unternehmerin sein wollte und vor allem auch, was für mich auch sehr spannend ist, dass sie sich in den letzten zwei Jahren nochmal extrem verändert hat und es hat sich auch für sie in ihrem Leben nochmal einiges verändert. Und ja, da wird sie uns heute mitnehmen und uns ein bisschen von ihrer Geschichte erzählen und hoffentlich ist es ein oder andere auch für dich dabei. Ich freue mich einfach riesig, dass sie da ist. Liebe Claudia, herzlich willkommen im Podcast. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich riesig, dass ich heute von der lieben Sabrina hier eingeladen wurde. Ja, wie gesagt, mein Name ist Claudia Grund und ich komme ja aus dem schönen Erzgebirge und mit meiner Familie hier. Ich habe schon zwei große Kinder, 15 und 25 Jahre, wären sie im August. Und ich bin tatsächlich seit 99 bin ich schon selbstständig. Habe mich damals also schon mit 27 Jahren selbstständig gemacht. Und ja, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Der Hammer mit 27. Wolltest du immer schon Unternehmerin werden oder hattest du immer schon in der Schule das Gefühl, oh ja, ich muss raus in die Welt und da was bewegen? Oder wie kam das dazu? Nein, eigentlich nicht. Also mein Traumberuf in der Schulzeit war immer, ich wollte Krippenerzieherin werden. Ich bin ja im Osten aufgewachsen und habe tatsächlich immer was mit Kindern machen wollen. So die Babys, die kleinen Kinder, das war immer so meins. Konnte ich dann auch tatsächlich lange, 88, habe ich mich sehr, sehr gefreut. Aber dann kamen ja die Wände und dann wurden erstmal alle Erzieherinnen erstmal entlassen. Und naja, ich konnte dann noch das vierte Jahr anschließend gleich, war eine der ersten Erzieherinnen in Ostdeutschland, sag ich mal. Aber wir hatten natürlich keine Chance gehabt, in diesem Beruf zu arbeiten. Na, also das war schon ein bisschen Schaudern und ich, wie gesagt, das war immer so mein Traumberuf, ne. Für mich war es dann eigentlich immer wichtig, einfach zu arbeiten. Ich habe dann, egal was es war, ich habe dann erstmal was angenommen. Ich wollte nicht arbeitslos sein. Also das war, das steckt schon immer so in mir. Ich muss irgendwas tun und wollte einfach nicht zu Hause bleiben, ne. Ich habe dann zwischenzeitlich in der Disco gejobbt. Ich habe im Spielkosine gearbeitet. Ich habe im Möbelhaus gearbeitet, das war mir alles egal. Ich bin eigentlich schon immer so ein aufgeschlossener Typ und ich sage immer, wenn du was schaffen willst, dann schaffst du das auch, ne. Und ja, und dann war es natürlich so, 96 habe ich dann meine Tochter bekommen und wollte dann nicht mehr zurück in das Möbelhaus und habe dann einen kleinen Lehrgang angefangen mit Reiten, ne. Da ging es halt so, reise leider im Erzgebirge oder ja, überhaupt so allgemein um das Thema Reiten. War da ein Zeitungsartikel oder wie bist du auf das aufmerksam geworden? Ja, das war so, mein Schwiegervater hat er damals, 94, hat er ein Taxi-Geschäft aufgemacht, ne. Und da hat mein Mann dann mitgearbeitet und da wollte man eigentlich so Kleinbusreisen anbieten. Ne, deshalb komme ich zu dieser Reisebranche dazu, ne. Und dann war das halt wie so ein Lottogewinn im September geheiratet und im Oktober habe ich dann den Lehrgang angefangen und im Dezember haben wir ein Anruf bekommen, dass bei uns im Ort gleich gegenüber, also ich konnte in den Haus schon im Prinzip auf Arbeit gehen, ne, dass die da ein Reisebüro aufmachen wollen. Und dann haben die uns gefragt, ob wir das vielleicht übernehmen wollen, weil sich das ja gut mit dem Taxi-Betrieb halt so ergänzt hat, ne. Ja, das war natürlich für mich die nächste Herausforderung, weil so richtig Ordnung hatte ich ja tatsächlich nicht vom Reisebüro gehabt, ne. Ich habe mich dann aber, das ist genau wieder der Punkt gewesen. Ich habe gedacht, du schaffst das, du kniest dich da rein. Ich habe mich da wirklich mit dem Atlas hingesetzt, habe nur die Inseln erstmal alle zusammengesucht, ne. Aber ich wollte das dann machen. Ja, das hat mich unheimlich gereizt und ich dachte, das ist jetzt sein, ne. Ja, und dann haben wir dann im Mai 1990 haben wir dann unser erstes Reisebüro und gleich hier gegenüber in Grünheim aufgemacht. Der Wahnsinn. Richtig aus der Türe raus und dann schon in der Arbeit. Ja, genau. Und dein Mann, wie war so deine, ist seine Reaktion damals? Oh ja, mach mal oder oh, sollst du die machen? Also ich muss mal sagen, wir kennen uns schon seit 92, wir sind absolut ein Team. Ja, also wir haben immer bisher alle Entscheidungen gemeinsam getroffen und wir sind uns da auch sehr schnell einig. Also da wird nicht lange überlegt, wir machen das dann einfach. Wow. Da steht er immer hinter mir. Also das ist, ja. Also das ist auch schon mal etwas, also wirklich toll, was richtig toll ist, weil viele Paare haben natürlich auch heute, aber ich glaube, das wird immer ein Thema sein, so ein bisschen die Herausforderung, was mache ich, wenn ich will, aber mein Partner will nicht mitziehen. Und wenn man dann natürlich als Team da agieren kann, ist es natürlich auch aus meiner Sicht das Aller, Allerbeste. Ne, wir haben von Anfang an immer alle Entscheidungen gemeinsam getroffen und der unterstützt mich, wo er da kann. Ne, der hat mir doch immer schon den Rücken frei gehalten und ja, lässt mich da einfach machen. Ne, ich muss da immer mal so an eine Situation denken, das dritte Reisebüro, da bin ich Samstagmittag, bin ich einfach mal losgefahren, habe gesagt, ich fahre mal einkaufen und habe mir dann echt in den, in den Nebenort in Elderline mal angeschaut, wo sind denn Räumlichkeiten frei, habe da geklingelt, ne, habe mir das dort angeschaut, das Büro und bin dann nach Hause gekommen und habe gesagt, du René, ich habe mir mal ein Büro in der Elderline angeschaut und ich sagte, oh Gott, wenn du so weit bist und hast dir schon die Räume angeschaut, da weiß ich genau, was jetzt kommt. Wir machen noch ein drittes Reisebüro auf. Willst du uns ein bisschen mitnehmen, jetzt hast du ein Reisebüro, du bist da sozusagen reingerutscht, super gut. Dann muss es ja auch ein Stück weit gut gelaufen sein, dass du dann gesagt hast, du machst nochmal ein zweites auf, gerade so Thema, hast du dann auch da, hast du die Räumlichkeiten gesucht oder kam das auch einfach wieder so? Das kam tatsächlich auf mich wieder zu. Da kam, also da war ein Nachbarort und im anderen Nachbarort war jetzt eine, die wollte ihr Reisebüro schließen und da kamen tatsächlich die Angestellte dann auf mich von dem Reisebüro zu und hat gesagt, Mensch, meine Chefin möchte gerne schließen, die will das nicht weitermachen, kannst du das nicht mit übernehmen und das war tatsächlich schon ein Jahr später. Also ich bin wirklich, dann nach einem Jahr habe ich gesagt, okay, dann machen wir noch ein Reisebüro auf. Und dann, ich glaube, so fünf, sechs Jahre später kommt dann das dritte Reisebüro dazu. Wahnsinn. War das so damals so für dich vom Denken her, heute sagen wir ja immer, ja, groß denken und war das für dich dann irgendwann klar, dass du also mehrere Reisebüros hast und dass du dadurch auch ein Stück weit eben, ja, finanziell frei wirst? Oder? Also das hat sich im Prinzip immer einfach so ergeben. Und ich habe dann immer auf mein Bauchgefühl gehört und habe gedacht, ja, was ist das jetzt oder was ist das nicht? Und dann haben wir das einfach gemacht. Ja, also ich glaube, in dem Moment an finanzieller Freiheit haben wir da nicht gedacht. Okay. Das muss ich ganz alles sagen. Wir hatten noch das Taxigeschäft und ja, das hat sich halt dann immer so alles ergeben und man denkt ja immer, man muss dann auch immer noch mal weitermachen. Wir haben dann zum Beispiel in unserem Reisebüro in Grünhain haben wir dann zum Beispiel auch noch eine Postfiane mitgehabt und Quelle Shop und weil man denkt immer, man muss noch ein bisschen mehr tun. Und ich liebe natürlich auch die Herausforderung. Ich brauche immer mal so einen neuen Kick. Und ja, so haben wir eigentlich dann wirklich tatsächlich über 20 Jahre das Geschäft aufgebaut. Es war dann sogar noch so, dass unsere Tochter mit eingestiegen ist. Die hat schon in der vierten Klasse hat sie immer gesagt, Mutti, ich will auch mal Reizverkehrskaufbau lernen. Und dann dachte ich erst, oh, geht es jetzt gut mit Dochter in einem Betrieb und so. Aber ich wollte ihr da auch absolut nicht im Weg stehen und habe gesagt, ja, mach das, wir ziehen das durch. Da haben wir dann drei Jahre unserer Dochter noch ausgebildet. Und sie hat sich dann auch wirklich richtig gut gemacht und hat im Ganztag das eine Büro mit übernommen. Ja, es lief alles ganz wunderbar eigentlich bis, naja, ich sage mal bis 2019 mit den Reisebüros. Weil dann haben wir so unsere erste Herausforderung bekommen. Und es war dann, also im September 2019 kam ja diese große Veranstalterkleide. Und wir haben dort echt so richtig viel Geld eingebüßt im hohen vierstelligen Bereich, wo du manchmal so gedacht hast, oh, das kann doch nicht sein. Du hast ein ganzes Jahr für dieses Geld gearbeitet und jetzt einfach mal so schnipp alles weg, wie so eine Seifenblase alles zerplatzt. Und da kamen wir dann schon ganz schöne Zweifel hoch, ob mir das alles noch so Spaß macht. Ich meine, Reisebüro an sich ist ja auch eine schöne Tätigkeit. Es geht um die schönste Zeit im Jahr, man kann die Kunden glücklich machen und der Umgang mit den Menschen, der hat mir schon immer gefallen. Also, ja, der Umgang mit den Menschen und so ein bisschen Kundenveranstaltungen organisieren und Busreisen organisieren, das war immer so, das hat mir unheimlich viel Sport gemacht. Und ich habe es ja auch sehr, sehr gerne gemacht. Und du trägst ja dann auch immer diese Verantwortung für die Angestellten, für deine Doktor, ne? Und du sagst immer, ja, ich mache das Ding weiter. Aber wenn du so einen Gong bekommst und da hast du einfach mal so einen hohen vierstelligen Betrag eingebüßt, also dann, ja, kommt man schon ins Zweifel. Und dann kam natürlich folgendes Jahr im März kaum Corona dazu, ne? Wo du sagst, wo fliegt? Was wird denn jetzt? Wie geht denn das so weiter? Und bei drei Büros hast du ja auch dreimal die Kosten zu bezahlen, ne? Ja, aber ich wir haben halt, ja, zum Glück eigentlich unseren Plan B aufgebaut gehabt seit vielen Jahren. Oh, das ist jetzt spannend. Yes, Plan B. Wow. Was kam dann? Was kam dann? Da kam eigentlich schon vorher. Und zwar 2013. Wir hatten 2013 doch ein sehr schwieriges Jahr. Wir hatten so einige gesundheitliche Herausforderungen. Und ja, mein Thema war schon immer das Thema Gewicht. Und ich habe dann gedacht, so 2013, oh Gott, wie wird es immer so weitergehen? Irgendwie muss es doch für dich mal eine Lösung geben, ne? Dass du einfach wieder in deine Kraft kommst. Und ja, im Oktober 2013 saß ich in meinem Reisebüro und ich war wirklich so energielos und mir ging es eigentlich überhaupt nicht gut. Aber in dem Moment ist es ja uninteressant. Du sitzt im Reisebüro, du musst gute Laune verbreiten. Du musst einfach machen, ne? Ja, ich saß in meinem Reisebüro und da ging so die Tür auf und kam eine Dame rein und sagte, sie werden entschuldigen. Ich mache seit Montag ein neues Konzept. Wollen Sie sich das vielleicht mal anschauen? Und ich dachte vor dem Moment erst wieder, oh, was will die denn jetzt wieder von dir, ne? Weil irgendwie hast du ja immer irgendwelche Angebote bekommen? Und ich sagte, ja, um was geht es denn da? Und dann sorgt die tatsächlich um mehr Energie, um Regeneration, um ein starkes Immunsystem und das Thema Figur. Ja, das waren ja genau meine vier Themen, genau zum richtigen Zeitpunkt. Das war, als wenn die mir so einen Rettungsanker ins Büro geschmissen hat, ne? Das war für mich so die Lösung, wo ich gedacht habe, wow, ne? Und dann habe ich die angeschaut und habe gesagt, okay, das brauche ich. Können Sie mir gleich bestellen? Da wurde ich natürlich erst wieder da schockiert, weil ich sie hatte ja gerade angefangen, ne? Und sagte, aber sie wissen doch gar nicht, um was es geht und um was es kostet. Da habe ich gesagt, ist mir sowas von egal. Ich brauche das jetzt einfach, ne? Und dann hatte ich mir das tatsächlich bestellt und ich habe das dann für mich ausprobiert. Und ja, mein Mann, der hat dann erst mal, was machst du denn jetzt schon wieder? Weil ich hatte ja die anderen Büchsen und Dosen noch alle im Schrank stehen, weil ich ja schon immer alles ausprobiert habe, ne? Also wenn jemand irgendwas wissen will zu irgendeiner Diät, ich weiß Bescheid. Ich kann euch doch gerne Auskauf geben, ne? Ja, und da habe ich das einfach für mich ausprobiert, habe gesagt, Mensch René, bitte gib mir dein Verständnis. Ich muss was für meine Gesundheit tun. Es ging ja wirklich auch generell um meine Gesundheit, ne? Ja, und habe das dann ausprobiert im November und hatte tatsächlich mal sieben Kilo abgenommen, wo ich gedacht habe, wow, dein Stoffwechsel scheint ja doch noch irgendwie ein bisschen zu funktionieren, ne? Und dann waren natürlich so meine Gedanken, wo ich gedacht habe, das erzählst du aber niemandem weiter. Das machst du nur für dich alleine und bleibst einfach dran und machst es so weiter. Das habe ich dann auch gemacht. Im Dezember habe ich dann aus Berlin unsere Sponsoren kennengelernt, ne? Die waren dann mal bei uns im Erzgebirge. Ja, die Sabine sitzt dann vor mir, stellt mir die Frage an, und wie stellst du dir dann so dein Leben in sechs bis acht Jahren vor? Möchte dann immer noch so in den Hamsterrad gefangen sein, weil sie hat ja schon mitbekommen, ne? Dass ich, sag ich mal, nie Zeit hatte, ne? Dass ich immer von früh bis abends in den Reisebüros war, immer von einem Büro ins andere gehüpft. Buchhaltung, Haushalt, zwei Kinder, das hat ja nie Zeit gehabt, ne? Und da sagte ich, hm, eigentlich nicht. Aber welche Lösung sollte da einfach auf mich zukommen, ne? Ja, und dann saß ich im Januar wieder in mein Reisebüro und hab einfach weitergemacht mit meinem Konzept. Und da sind tatsächlich die Kunden dann reingekommen und haben gesagt, Claudia, was hast denn du gemacht? Du siehst ganz anders aus. Nimmst du irgendwas? Und dann dachte ich, äh, was machst du denn jetzt? Und dann haben wir tatsächlich im Januar angefangen und haben die ersten Vorträge über unser Gesundheitskonzept im Reisbüro gemacht, ne? Und, ähm, ja, das hat mir einfach Spaß gemacht, weil jetzt hat prima ehrlich gesagt, das Thema Gesundheit, das liegt mir schon immer am Herzen. Ich hab mich da schon immer sehr damit beschäftigt. Und das war eigentlich, wenn ich Bücher gelesen habe, dann ging es irgendwie um das Thema Gesundheit, ne? Also hab mich da schon immer dafür sehr interessiert, ne? Ja, und wo dann auf einmal im Februar der erste Scheck kam und es standen 93 Euro drauf und ich dachte, hm, so was kriegst du denn jetzt Geld? Das war überhaupt nicht meine Absicht, ne? Ich wollte ja einfach nur den Kunden helfen und sagen, was ich gemacht habe, ne? Ja, und dann haben wir einfach so weitergemacht. Dann kamen halt im Februar kamen halt so 183 Euro. Im März waren es dann 320 Euro. Und da bin ich dann echt ins Überlegen gekommen und hab gedacht, naja, wenn du das einfach so weitermacht, könntest du ja dir vielleicht noch einen Plan B aufbauen. Und wenn du einfach im Monat mal so 1000 Euro für dich und für deine Familie jeden Monat am 15. auf dem Konto bekommst, wäre ja irgendwo eine Beruhigung und eine Sicherheit da. Ja. Der Hammer. Und vor allem ist es so, das ist ja, das hört sich ja, du bist ja in vieles so reingerutscht. Ja, das kam so zum richtigen Moment und das hat sich so mehrmals in deinem Leben so gedoppelt. Ja. Einfach was ergeben. Das ist ja auch schön und auch so leicht dann auch einfach. Und vor allem auch so schön, wie du sagst, du wolltest ja Menschen was Gutes tun und hast auf einmal gesehen, oh, da kommt ja noch so ein kleiner Bonus sozusagen rein. Richtig, richtig gut. Ja. Aber da hast du das dann ja eine Zeit lang einfach mal so ein bisschen laufen lassen, oder? Also nee, ich hab dann schon bewusst die Entscheidung getroffen und hab gesagt, hier möchtest du was damit arbeiten. Im Januar war ich tatsächlich schon zu so einer Schulung mit in Berlin gewesen. Und da hat der Vertriebschef gesagt, also bei uns ist das oberste Motto, jeder kann, keiner muss. Und da dachte ich, okay, wenn das stimmt, dann bist du hier richtig. Also ich hätte das niemals angefangen, wenn mich jemand unter Druck gesetzt hätte. Da wäre ich raus gewesen. Aber es war tatsächlich immer so, dass man konnte halt, entweder du hast gearbeitet und hast was gemacht, hast es weiter empfohlen, dann hast du Geld verdient. Und wenn nicht, hab bis heute noch niemals Druck von irgendjemand bekommen. Das war mir halt auch wichtig. Und ich hatte dann tatsächlich im April, hatte ich dann schon die erste Stufe erreicht, die große Stufe, sag ich mal. Und hatte dann meine 1.000 Euro, wo ich gedacht hab, wow, 1.000 Euro. Und da hab dann einfach so weitergemacht und hab dann tatsächlich im November schon die nächste Stufe erreicht gehabt. Das ging dann ganz, ganz schnell eigentlich. Mir hat es unheimlich Sport gemacht. Und ja, und dann kommen natürlich irgendwann auch mal die Zeiten. Also aufgegeben hab ich nie. Und ich hab auch immer weitergemacht. Aber dann hast du halt auch mal so Zeiten, wo es nicht so gut läuft. So, dass es halt wichtig, dass man einfach, ja, ein klares Ziel hat. Wo will man hin? Was will man erreichen? Aber ich hatte natürlich nie die Absicht gehabt, dass ich deshalb meine Reiseberufs zuschließe. Das muss ich auch sagen. Da Plan B wurde aufgebaut. Das war für mich eine absolute Sicherheit. Und so hab ich das einfach gesehen und wollte halt einfach, ja, weitermachen. Wollte, dass sich das halt entwickelt. Aber wie gesagt, ich hätte niemals gedacht, dass ich halt aufgrund der Situation voriges Jahr dann, wo Corona dann halt in unser Leben kam, ja, dann doch die Entscheidung treffe. Wir hatten voriges Jahr 2020, sag ich mal, das ging super los. Wir hatten ganz tolle Buchungen im Reisebüro gehabt. Und es wäre sicherlich ein richtig gutes Jahr geworden. Ja, bis halt dann der da kam, wo ich dann am 16. oder 17. März meine Reisbüro zugeschlossen habe. Und für uns war es natürlich so, wir hatten durch diesen Plan B auch schon über den Dollarrand geschaut. Wir wussten, was mit dieser Firma halt alles möglich ist. Man kann ein Auto fahren. Wir waren im Urlaub mit der Firma. Das gibt es ja nicht mal im Reisbüro, dass man kostenlos im Urlaub bekommt. Man ist selbstbestimmt. Das war für mich halt so wichtig, dieses selbstbestimmte Leben. Dieses Zeithaben einfach. Ein Leben zu führen, wo Zeit und Geld keine Rolle spielen. Das waren dann so die Punkte, wo ich gedacht habe, Mann, du, was machst du hier eigentlich? Und wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt hat, das war ja auch vorhin schon im März, April, war das ja schon klar, dass noch eine zweite, dritte Welle kommt. Und man musste zwar jetzt noch, ich sage immer, so blöd konnte man eigentlich gar nicht denken, was jetzt alles so kam in der letzten Zeit. Aber für mich war das klar, selbst wenn am 15. Juni dieser Lockdown, wenn der vorbei sein sollte, das dann im Reisbüro nicht wieder losgeht, das dann sofort alle Rodels wieder aufhaben und die Flieger gehen wieder los und die Kreuzfahrtschiffen haben, das war für mich so logisch. Also viele meiner Kollegen im Reisbüro wollten das überhaupt nicht verstehen. Die haben gesagt, du bist aber negativ. Ich sagte, nee, setzt mal eure rosa-rote Brille ab, das kann ich, das ist so. Ich sagte, das war vielleicht von mir auch so eine Intuition, die ich hatte, wo ich gedacht habe, das kommt nicht mal so schnell in Gang, wie man sich eigentlich gehofft hatte. Und so kam das ja halt dann auch. Ja, und dann haben wir tatsächlich im April, Mitte, Ende April haben wir schon die Entscheidung getroffen, dass wir die Reisebüros schließen. Alle? Alle. Wir haben dann im Mai also die ersten zwei zugemacht und das letzte, das Hauptbüro, das haben wir dann am 31. Juni zugeschlossen. War für mich natürlich eine, ja, es war schon eine ganz schöne Herausforderung und auch eine Entscheidung. Also ich soll es echt am Wochenende manchmal nur noch so, habe nur noch geheult, weil irgendwo dein Baby, was du so 20 Jahre aufgebaut hast, soll dann mit einmal so alles weg sein. Na, oh, kriege ich gleich wieder Gänsehaut. Es war schon eine schlimme Zeit. Ja, und bei uns auch für deine Mitarbeiter, du hast ja auch klar für dich, dir ein Leben erschaffen, mit deinem Mann zusammen, mit deinen Kindern, aber natürlich ja auch Verantwortung gehabt für andere Menschen. Ist mit Sicherheit nicht leicht gewesen. Was hat dir in dieser Zeit geholfen, da trotzdem irgendwo zu sagen, egal, es ist die richtige Entscheidung. Ich bleibe, weil du hast ja auch gesagt, du bist ja auch viel aus dem Bauchgefühl heraus, was ja super ist, auch darauf zu hören. Hast du da ein, zwei, drei Tipps, wo du sagen könntest, die würde ich gerne weitergeben? Na, also ganz wichtig finde ich halt immer, dass man halt auch sein Herz hört. Das ist eigentlich nach dieser, ja, dieses Gefühl, was hat man in sich, ne, macht man das jetzt richtig? Also damit auch, weil ich eigentlich ganz viel, ne. Und dadurch kann ich wahrscheinlich auch dieser Entscheidung relativ schnell zählen, sag ich mal. Also einfach dann, ja, zu sagen, das ist jetzt richtig oder wir lassen das lieber, ne. Also wie gesagt, viele Kollegen können das überhaupt nicht nachvollziehen, dass wir so schnell die Entscheidung getroffen haben. Ich muss sagen, meine Tochter hatte sich dann am 8. Mai, hatte sich dann bei einer anderen Firma beworben, ne. Und die haben sich sofort genommen, sodass das erste Mal das Problem geklärt war, ne. Und, ja, die andere Angestellte, die hat sich dann selbstständig gemacht am 8. September. Sie wollte halt dann doch im Reisebüro bleiben. Ist natürlich auch eine sehr schwierige Situation, ne, wo ich immer gesagt habe, überleg dir das. Aber, ja. Naja. Und dann, wie gesagt, haben wir das Ganze so durchgezogen. Ich hatte noch einen riesen Vorteil gehabt. Wir haben im Haus, im eigenen Wohnhaus. Da war bei uns noch eine Wohnung frei geworden. Und da konnte ich im Prinzip die ganzen Möbel aus den Reisebüros, ne. Konnte ich mir dann echt ein schönes Büro einrichten. Und habe jetzt hier mein eigenes Reich. Ich habe 80 Quadratmeter für mich und kann da jetzt mein Geschäft, also wunderbar in Ruhe, halt alles schön arbeiten, ne. Habe natürlich jetzt geplant, dass man auch hier immer so kleine Vorträge oder sowas macht. Aber das ist halt im Moment nicht möglich, ne. Aber was soll's, ne. Ja. Und dann habe ich natürlich vorgezogen, erst mal bis Ende Oktober noch die ganzen Sachen abgearbeitet, ne. Es war eine sehr schwierige Zeit. Mir war es wichtig, dass ich da sauber rauskomme, ne. Dass alle Gelder ausgezahlt sind. Und ja, das habe ich auch geschafft. Aber ich muss natürlich sagen, ohne mein Plan B, dann wäre es natürlich eng geworden, ne. Also da habe ich dann erst mal gespürt, was es bedeutet, am 15. dieses Geld auf dem Konto zu haben, um halt einiges davon zu bezahlen, ne. Also da bin ich unheimlich dankbar dafür, dass wir dieses Geld haben. Und dein Plan B, ich stehe ja immer auch für Real Talk und nenne das Kind ganz beim Namen. Jetzt bist du ja im Network Marketing bei der Firma PM International. Ne. Was macht die Firma ganz genau? Ja, also es geht einfach um Prävention, um das Thema Gesundheit, Wellness, Nährenergie. Genau das, was ich vorhin gesagt habe, ne. So Nährenergie, steuiges Immunsystem, Regeneration. Und wir arbeiten halt dann noch ein ganz tolles Stoffwechselkonzept, unserem Zellreset. Und da haben wir super Resultate. Das ist einfach, ja, sensationell, was ich da innerhalb von kürzester Zeit halt bei den Menschen gesundheitlich erstmal tut, ne. Und ja, das ist eigentlich das, was mich so fasziniert an der ganzen Geschichte. Menschen helfen, dass die im Prinzip erstmal ihre Gesundheit, sag ich mal, von einem anderen Blickwinkel sehen, ne. Ich sage, es ist halt so der Start in ein gesundes neues Leben für mich, ne. Und das aber dann, aus dieser Chance auf mehr Gesundheit, mehr Lebensqualität, mehr Wohlbefinden, auch diese finanzielle Chance kommt, ne. Wo die dann einfach sagen, ich habe ein dolles Ergebnis, ich kann das nicht für mich behalten, das wäre so eine unterlassene Hilfeleistung, ne. Und ich möchte einfach gerne auch den anderen dann diesen Plan B zeigen, diese finanzielle Chance geben, weil ich sage mal, wenn ich meine Zeit in die Träume und Visionen der anderen investiere, dann wirst du ja automatisch mit erfolgreich, ne. Und das ist einfach so, meine Vision, wo ich sage, was haben denn die anderen Menschen davon, dass es nicht gibt, ne. Wo ich einfach sage, mit meiner Geschichte, mit meinem Leben kann ich halt den anderen genau diese gleiche Chance bieten, ne. Ja. Ja. Superschön. Und was sehr wichtig ist, was du gesagt hast, dass wenn du andere, wenn du andere erfolgreich machst, wirst auch du erfolgreich. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ganz viele Menschen auch verstehen dürfen, ja, dass es auch im Network-Marketing nicht immer nur darum geht, Produkte anzudrehen oder irgendwelche Vertriebschancen anzudrehen. Und auch hier ganz, ganz klar, du wirst nicht von heute auf morgen erfolgreich. Ja, aber das ist ein Prozess. Auch hier, ich denke, immer wieder ist es so wichtig, auch zu, ja, zu erklären, auch gerade, wenn man im Network-Marketing ist, dass man eben auch sagt, hey, es ist ein Prozess. Es ist ein Persönlichkeitsentwicklungsprozess und es ist auch ein Prozess, damit du vielleicht vom Angestellten zum Selbstständigen irgendwann zum Unternehmer wirst. Weil es geht halt nicht schnell. Und natürlich so, wie die Menschen auch ein Stück weit ja immer gelockt werden mit schnellen Autos, reichen Autos, viel Geld. Das ist einfach Quatsch. Natürlich gibt es immer welche, die sind schneller unterwegs. Aber so wie du auch vorher schon gesagt hast, es ist ja dein Prozess. Du kannst super schnell und super viel machen. Du kannst aber auch ganz entspannt und langsam starten und einfach auch mit deinen Mitteln starten und langsam, langsam dir halt ein Netzwerk aufbauen und ja, dann dadurch natürlich finanziell frei werden und vor allem eben, es geht ja nicht immer nur ums Geld, sondern andere ein Stück weit halt eben erfolgreich zu machen, gesund zu machen mit seiner Arbeit. Und ja, super, super schön. Möchtest du uns so ein bisschen mitnehmen, gerade vielleicht ins Thema Netzwerken? Das ist ja auch für viele immer super spannend. Okay, jetzt bin ich im Network Marketing. Ich liebe die Produkte, aber wie baue ich mir denn jetzt ein Netzwerk auf? Und vor allem, wie bekomme ich denn jetzt auch ja, Teampartner oder Menschen, mit denen ich zusammen arbeiten möchte? Vielleicht kannst du uns auch da ein bisschen mitnehmen. Was ist für dich wichtig? Also wie, ja, wie kristallisiert sich das für dich heraus, dass derjenige jetzt Teampartner werden könnte? Ja, also es ist eigentlich so, bei mir ist es ja aus der Begeisterung herausgewachsen. Also wir steigen eigentlich oft immer über das Produkt ein, wo wir sagen, probiere das erstmal aus. Und da schätze ich das halt auch so sehr an, dass man halt einfach Teampartner werden kann, wirklich für 18,90 Euro, wo ich sage, ja, das ist ein Einstieg, wo du ein Gewerbe starten kannst. Das ist einfach so, ne? Einfach. Und probiere das einfach mal aus. Du hast 30 Tage lang Rückkörperrecht, ne? Selbst wenn es absolut nichts für dich ist, kannst du deine Sachen wieder in deinen Karton packen und wieder zurückschicken. Und 90 Tage sogar auf geschlossene Dosen, wo ich sage, Mensch, wow, wo gibt es das noch, ne? Und, ja, und dann, wenn die begeistert sind, dann ging mir ja genauso. Ich wollte es ja auch niemandem erzählen, aber du kannst deinen Mund dann einfach nicht halten. Du musst es dann irgendwo weitergeben, ne? Ja, ich meine, gut, ich habe es vorhin schon mal angeschnitten. Ich hatte mir natürlich jetzt die Arbeit leichter vorgestellt, ne? Es ist natürlich jetzt schon zu Corona-Zeiten etwas, man hatte halt diese Vorträge oder Vorträge oder ich hatte immer so Treffen aufgebaut, ne? So vier verschiedene Treffen, wo dann einfach mal so 30, 40 Leute saßen und die haben dann wieder Leute mitgebracht und so. Das ist halt dieses Netzwerken, ne? Wo du sagen kannst, es geht schneller, ne? Aber man muss halt immer das Beste draus machen und ich sage mal, diese Möglichkeiten, die wir jetzt haben, sind auch super, ne? Unsere Business-Akademien finden über ein Fernsehen oder über ein Handy statt, wo du nicht mal mehr irgendwo hinfahren musst, ne? Wir haben diese Zoom-Calls, ne? Wo wir einfach jede Woche unsere Vorträge machen und können ganz viele erreichen. Da werden auf einmal WhatsApp-Partys gemacht, ne? Und ja, man geht halt dann einfach so in diesen Online-Bereich über. Klar, jetzt ist halt die Zeit auch wichtig, dass man wirklich zum Telefon greift, dass man halt die Leute anruft, ne? Dass man halt einfach mal schaut, wo habe ich meine Visitenkarte mitgenommen oder so, dass man da mal, ne? Einfach da mal die Möglichkeiten sucht, ne? Und, ja, was kann man noch machen? Natürlich über Social Media, ne? Da einfach so, dass du sagst, oh, ich habe jetzt mal mit einer Person gesprochen und jetzt rufe ich dich einmal wieder an und frage, wie es geht, was sie so macht und dann eben vielleicht, ob die mal was ausprobieren möchte oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, genau, ne? Und ich auch, selbst wenn es, du musst ja immer den richtigen Moment halt erwischen, ne? Sag ich mal, wenn die jetzt, genau wie ich, ich war ja so ein typischer Kaltkontakt, ne? Wie man es halt so schön beim Network-Marketing sagt, ne? Ich war halt offen. Es war für mich genau der richtige Zeitpunkt, ne? Und ich sage halt dann immer zu meinen Teampartnern, du bist auch, wenn du mal ein Nein bekommst, das Nein, das ist doch kein Nein, ne? Sag einfach, sag einfach, wir bleiben locker in Verbindung und melde dich in den halben Jahr wieder, frag, ob du in den halben Jahr wieder mal anrufen kannst, ne? Und, ähm, also ich denke, als Networker muss man einfach ganz viele Kontakte knüpfen, das ist halt dieses Networken, ne? Immer offen sein, immer schauen, wo kann ich mich mit Menschen verbinden? Und das ist ja eigentlich auch das Wunderschöne am Network-Marketing, wo man sagen kann, ähm, ich kann mit den Menschen arbeiten, mit denen ich arbeiten will, ne? Ich kann mir ja die Leute raussuchen, wer passt denn zu mir, ne? Und irgendwie zieht man ja die Leute dann auch an, die einen, also zu gut so einbacken, ja? Ja. Network-Marketing sind natürlich auch diese 4 M, ne? Man muss Menschen mögen. Ansonsten bist du fehl am Platz, das ist halt einfach so, ne? Ja. Und man muss halt so begeistert sein, dass man im Prinzip diesen so überzeugt und sagt, die Leute, die wollen gerne mit dir zusammenarbeiten, ne? Das ist auch wichtig. Wenn ich natürlich den ganzen Tag mit so einem Gesicht rumherrenne, das wird nichts. Ich muss schon offen sein und freundlich und positiv. Also das sind auf jeden Fall so die klaren Eigenschaften, die man schon als Weltfolge haben soll da. Ja, absolut. Und jetzt so zu den Kriterien, also wenn jetzt vielleicht auch hier sich jemand angesprochen fühlt und sagt, wow, die Claudia hat mich so total begeistert, dann kann man dich ja kontaktieren, da kommen wir aber nachher nochmal dazu. Und hast du jetzt bestimmte Kriterien, wo du sagst, mit der und der Person oder bist du da auch super offen? Ne, ich bin da immer offen. Ich bin ja so ein Typ, der immer mit alle kann, weißt du? Ich bin da auch ganz schnell mit jemandem auf einer Wellenlänge, ne? Wo wir uns keinen gelernt haben, Sabrina, du weißt. Ich kann da ganz schnell auf jemanden eingehen, aber klar, das sind halt diese vielen Jahre, die man halt mit Kunden zu tun hatte, ne? Die bringt dich natürlich dann auch an den Punkt, ne? Wo man einfach, ja, offen ist und verbindet sich halt gern mit Menschen, ne? Mit netten, sympathischen Menschen. Wow, jetzt waren ja die letzten Jahre dann für dich auch echt crazy. Ja, letztes Jahr dann. Wie geht es dir heute damit, jetzt sozusagen ein Jahr später, auch mit deiner Entscheidung? Denkst du noch oft dran oder wie ist es so vom Gefühl oder wie ist es auch vom Gefühl mit deiner Family? Wie geht es denen so? Also ganz ehrlich, ich spüre so eine richtige Dankbarkeit in mir. Also ich habe am Anfang gedacht, du wirst zerbrechen, weil wie gesagt, von unserem Haus, wo wir wohnen, von meinem Wohnzimmerfanzer aus, kann ich auf das Geschäft runterschauen und sehe jeden Tag immer noch dieses Reisebüro rund, laufbar mal am Berg noch vorbei, ne? Dachte, du wirst dran zerbrechen. Aber ich sage mal, mittlerweile bin ich an dem Punkt, nachdem, wie sich das letzte halbe Jahr jetzt so gestaltet hat, ne? Und sehe, wie eigentlich die anderen Unternehmer in der Tourismusbranche kämpfen. Das ist einfach nur schlimm und mir tut es so unendlich leid auch, ne? Die wollen gern auch bei uns, wenn wir arbeiten und können nicht. Und egal, alle Unternehmer, ne? Also die da jetzt so mit dem Lockdown zu kämpfen haben, ne? Und da spürt man dann so diese Dankbarkeit und sagt, ach, alles richtig gemacht, ne? Weil ich weiß nicht mehr, also ich hätte mich da wahrscheinlich in so einen richtigen Ding reingehangelt mit drei Reisen, wo es dreimal kosten, also wie will man das schaffen, ne? Das ist einfach, ja, nee, also ich bin da unheimlich dankbar, dass wir die Entscheidung getroffen haben und wünsche und hoffe es wirklich für alle Unternehmer, dass es irgendwann mal wieder zur Normalität übergeht. Ja, ja. Und wie geht es deinem Mann damit? Ist er auch bei PM oder macht ihr das zusammen? Wir machen das gemeinsam, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir machen das gemeinsam. Und das erhält mir sehr, ich sage mal, ich bin so die Frontfrau, ne? Und er hält mir aber sehr viel im Rücken frei, damit ich das halt alles machen kann, ne? Aber wenn jetzt Veranstaltungen waren oder was, der war immer mit dabei und ist total begeistert und gibt es auch sehr gerne weiter mit, auf jeden Fall, ne? Ja. Aber er hat noch seinen Beruf, oder? Ja, ja, ja. Da geht noch auch weit, ne? Das ist gut, wenn wenigstens in der Familie dann ein Verdiener ist, ne? Wo man abgesichert ist alles und so, ne? Das, ja, das, ich denke, das bleibt auch jetzt erst mal so. Ja, absolut. Ja, ja. Ja, auch das darf ja wachsen. Ja. Möchtest du uns vielleicht noch kurz vor Schluss mitnehmen in deinen Unternehmeralltag, in deinen anderen Unternehmeralltag, in dem Vergleich zum Büroalltag? Ja, ja, sehr gerne. Wie gesagt, ich habe ja vorhin das schon mal angesprochen, dass ich ja irgendwo in dem Hamsterort gefangen war und dadurch, also diese WM-Tätigkeit hat mir ja immer so viel Sport gemacht und ich habe das immer als Hobby gesehen, ne? Also ich habe immer gedacht, du machst deine Reisebüro, das ist dein Hauptjob, damit verdienst du ja jeden Monat dein Geld und dann baust du dir auch diesen Plan B mit Fitline, baust du dir langfristig auf, weil irgendwann, ich hatte ja oft immer so die Bedenken, wenn du selbstständig bist, so die lange Zeit, schon über 20 Jahre, ne? Da dachte ich, oh Gott, wenn du mal Rentner bist und was willst denn du mal leben, ne? Das war immer so, wo ich den Plan B noch nicht hatte, dachte ich, oh Gott, das wird echt eng und man hatte ja auch nicht so viel, dass man was weglegen konnte und konnte sich da eine zweite Rentenversicherung machen. Das ging ja auch nicht, ne? Und dieses Problem war eigentlich mit dem Plan B mit meinem BM international, sag ich mal, war ja das gelöst, ne? Das Thema Rente, Auto, Einkommen und so, das war ja auf jeden Fall erst mal geklärt, ne? Und, ähm, was war jetzt gleich deine Frage? Also, wie dein Alltag aussieht. Ach, der Alltag, ja. Ja, das Zeitproblem wollte ich ansprechen, ja. Und, äh, was ich noch dazu sagen wollte, also, ähm, wenn man, man muss sich aber auch im Network Marketing bewusst machen, wenn man so im Plan B als Hobby arbeitet, ne? Das habe ich jetzt, ist mir jetzt erst mal so bewusst geworden, ne? Ähm, dann kannst du auch nur als Hobby verdienen, ne? Also, dann hast du auch nur den Verdienst vom Hobby, ne? Das ist mir jetzt mal wirklich so bewusst geworden. Und, ähm, ja, und jetzt, wo ich zu Hause bin in meinen neuen Bäumen, ich kann es gar nicht sagen, ich habe auf einmal Zeit. Ich komme mir vor, als wenn ich jeden Tag Urlaub habe. Und weil mir halt wirklich diese Arbeit so sehr viel Spaß macht, ziehst du das gar nicht als Arbeit an. Und wenn da mich hier offens um neun mal noch jemand anruft, schön, ich freue mich da einfach drüber, ne? Also, ich habe eigentlich Fernsehen und so komplett für mich ausgeschalten, das brauche ich alles gar nicht mehr, ne? Mir macht das so unheimlich viel Spaß. Und ich habe also noch meine Mutter mit im Haus, ne? Die wird jetzt im Mai 84, ich habe dort, der Kleine, der ist jetzt 8. Klasse mit Homeschooling und so, ne? Und ich habe ja eigentlich nie Zeit gehabt. Und jetzt kann ich auf einmal mit meiner Mutter mal Kaffee trinken oder mal einkaufen fahren oder kann meinen Sohn in der Schule mal unterstützen. Das war nie da, ne? Also, diese, jetzt einfach mal Zeit haben, das genieße ich unheimlich. Und ja, wie sieht mein Alltag so aus? Ich finde immer im Network Marketing, also, man muss sich da wirklich in der Lage sein, sich selbst diese Arbeit zu verschaffen. Das ist ganz wichtig, ne? Also, ich merke das oft, dass man sich auch manchmal ganz schnell in der Zeit verdattelt, sag ich mal, ne? Dass man sagt, ach, hängst du noch mal die Wäsche auf, machst du noch mal das, machst noch mal das. Und eigentlich das Wesentlichste, wo du ja Wachstum im Network Marketing bekommst, sind ja einfach neue Teampartner, die Achtlinien, ne? Und da merkt man, dass man sich schon sein Alltag wirklich so aufbauen sollte, dass man sagt, in einer bestimmten Zeit, ich lege meine Kontakte fest, ich will am Dort zehn Kontakte machen und das hat erstmal oberste Priorität. Und wenn das gemacht ist, dann stehst du auch nicht so unter Druck, ne? Dann kannst du das Ganze locker sehen und dann machst du halt die ganze Kundenbetreuung hinten dran, ne? Also, das ist für mich immer so wichtig. Ich sage, Vormittag ist wirklich, da versuche ich wirklich meine Kontakte zu machen, ne? Und dann Nachmittag kommt halt so die Kundenbetreuung, Zoom-Calls, ne? Ich arbeite auch abends da lange manchmal, ne? Also, wir machen viel so diese Zoom-Calls dann um 20 Uhr oder so, wo die Leute dann zu Hause sind. Freitagabend ist immer eine WhatsApp-Party, dann mache ich Einarbeitungs-Call, Manager-Training, ne? Da bin ich jetzt auch manchmal schon Sprecher gewesen, ne? Gerade die vergangenen Samstags macht mir unheimlich viel Spaß, da die Leute halt ein bisschen mit einzuarbeiten und so. Ich denke immer, das sind genauso meine Themen gewesen, Gesundheit und diese Persönlichkeitsentwicklung, einfach der Umgang mit den Menschen, das ist das, was mich eigentlich ja glücklich macht. Total schön. Ich finde auch, für alle, die lieben, die jetzt den Podcast nur hören, schaut euch die liebe Claudia an. Sie strahlt über beide Ohren und ist super, super glücklich. Und ich denke, das merkt man und so, wie du auch so schön gesagt hast, du musst begeistert sein von dem, was du tust. Und diese Begeisterung, die nimmst du ja mit in dein Leben, in deine Familie. Und ich denke auch hier, auf allen Ebenen oder auf allen Lebensbereichen wächst du dann auch eben nach oben. Und das ist super schön zu sehen. Ja. Ja. Also ich bin immer wieder unheimlich dankbar für diese Chance, die wir da bekommen haben, ne? Wo einfach dieser Rettungsanker finanziell gesundheitlich bei uns im Zeitpunkt kommt, genau zum richtigen Zeitpunkt, ne? Und ich sage ja immer, Sabrina, es gibt immer einen Grund, weil ich heiße ja Grund, ne? COPM. Vielleicht darf ich das mal noch ganz kurz sagen, ne? Ja, der erste Grund ist einfach für mich so das Thema Gesundheit, ne? Macht was, wenn ihr gesund seid. Oft denken die Leute erst über ihre Gesundheit noch, wenn sie krank sind, ne? Wo ich einfach so mit erhobenen Zeigefingern, macht vorher was, ne? Ich habe dann immer so einen schönen Spruch, gib dem Körper das, was er braucht, dann macht er auch das, was er soll. Das möchte ich gerne mit so auf den Weg geben, ne? Ja. Dann das Thema Geld verdienen. Ihr habt hier eine Möglichkeit im Network Marketing generell, euer Geld selbst zu bestimmen, ne? Euer Einkommen. Macht was draus, ne? Überlegt mal, ob euer Job halt wirklich noch so passt, ob ihr das noch so machen wollt, ne? Ich gebe auch gerne nochmal so die Frage mit auf den Weg, wie stellst du dir dann dein Leben in drei bis fünf Jahren vor? Weil viele machen sich überhaupt keine Gedanken mehr um ihre Ziele, um ihre Träume. Die leben in den Dark hinein, warten, das Montag, sagen sie sich, Gott sei Dank, es bleibt wieder Freitag. Und haben dann letztendlich nur mal den Samstag, wo sie mal völlig relaxen können. Und Sonntag denken sie schon, ach, morgen geht es wieder von Sonn los, ne? Also, dass sie sich da unbedingt mal damit beschäftigen sollen, wo wollen sie denn noch hin, ne? Das ist mir immer sehr wichtig. Und was wir halt auch haben, die Leute, die wollen einfach die Gemeinschaft mit positiven Menschen, ne? Also, diese Gemeinschaft, ne? Das ist so ein drittes G für mich, ne? Gesundheit, Geld, Gemeinschaft, die wollen mit positiven Menschen sich umgeben, ne? Und das ist halt, wenn man, du kennst es bestimmt, wenn man so auf die Veranstaltungen geht, ne? Am Network Marketing, da denkst du, das kann doch gar nicht sein, warum sind denn die alle so gut drauf, ne? Das ist einfach diese und warum kommen die ganzen Menschen hin? Warum sind die alle so positiv? Das kann doch gar nicht sein, ne? Ja. Und dann geht es doch einfach darum, dass man im Leben glücklich ist, ne? Dieses Glücklichsein, ne? Dass man da einfach wieder mal, ja, die Gedanken ordnet und weiß genau, so wie ich denke, so fühle ich auch und so komme ich dann auch irgendwann ins Handeln. Ja, und das fünfte G ist für mich einfach der Glaube an sich selbst, diese Persönlichkeitsentwicklung. Viele haben ihren Glauben an sich selbst verloren, ne? Und ich denke hier, also bei jedem, den ich jetzt so miterlebt habe in dem Network Marketing, es kommt immer eine Persönlichkeitsentwicklung hinterher und ich denke dann immer, wow, wie hat die sich nur verändert, ne? Wie ist die nur einfach selbstbewusst geworden und geht einfach vorwärts, ne? Ja, und das sechste G ist für mich eigentlich dieser Goldstaub, den wir hier an den Händen haben, um anderen halt zu helfen, egal ob jetzt gesundheitlich oder finanziell, ne? Und das ist einfach, ja, das sind so diese Gesundheit, Geld verdienen, Gemeinschaft, glücklich sein, der Glaube an sich selbst und diesen Goldstaub in den Händen, um anderen zu helfen. Das sind einfach so die Dinge, wo ich sage, es gibt immer einen Grund. Auch schön, meine Liebe, der Hammer. Und ich denke, das war, ja, für einige, vor allem diese sechs Gs zum Schluss, ja, ihr Lieben da draußen, hört die euch nochmal an, schreibt sie euch auch gerne mit und pinnt sie euch vielleicht sogar wirklich irgendwo hin, um sich das wirklich jeden Tag bewusst zu machen, dass es Möglichkeiten gibt, dass es Chancen gibt und vor allem, dass es Menschen gibt, die einem weiterhelfen möchten. Das ist auch immer so ein ganz, ganz großes Learning der letzten Jahre auch von mir. Du musst nicht immer alleine und es gibt genug Menschen auf der Welt, die dir helfen können. Es ist egal, ob das einfach nur, ja, ein Passant von der Straße ist, ob das ein Coach ist, ob das ein Berater ist, ein Trainer ist. Wenn du irgendwo eine Herausforderung im Leben hast und du weißt, es gibt Menschen, die sind schon weiter wie du, dann schreib die einfach an. Ich denke, das ist auch immer so ein ganz, ganz, ganz großes Thema, wo Menschen natürlich auch sagen, oh, ich traue mich nicht anzuschreiben, ich traue mich jetzt nicht, was zu sagen. Auch hier, wenn ihr die liebe Claudia kennenlernen wollt, einfach anschreiben. Ich werde alle ihre Daten in den Shownotes verlinken, auf Spotify, iTunes und auch auf YouTube. Liebe Claudia, jetzt gibt es noch zum Schluss für dich drei Fragen, die du antworten darfst und dann, ja, beenden wir auch schon das Interview. Die Zeit verging unheimlich schnell, aber es war unheimlich schön. Ja. Liebe Claudia, was bedeutet Erfolg für dich? Ja, Erfolg hat drei Buchstaben, tun. Sehr gut, sehr schön. So, wie kreierst du dir ein Umfeld, was du wirklich haben möchtest? Also, ich denke schon, ich möchte gerne mit positiven Menschen zusammenarbeiten, das ist mir sehr wichtig, oder generell, dass man dieses Negative, dass man schaut, wo stehe ich gerade und dieses Negative darf man einfach wegtun. Und wichtig ist eigentlich dieses Umfeld, dass man wirklich diese fünf wichtigsten Menschen im Leben um sich hat, die einen auch gut tun. Und wenn dir jemand nicht gut tut, dann bleib locker mit demjenigen in Verbindung und sag, ich wünsche dir alles Gute. Aber, dass man einfach positiv bleibt und dann ziehst du ja auch diese positiven Menschen in deinem Umfeld ein. Ja. Sehr schön, ja. Letzte Frage. Wie denkst du, wird sich der Arbeitsmarkt in den nächsten, sagen wir, fünf bis zehn Jahren verändern? Auch gerade zum Thema Corona und eben auch Digitalisierung. Ja, was sind da so deine Impulse? Ja, also, liebe Sabrina, wenn ich da eine Klau-Skugel hätte, würde ich gerne mal reinschauen. Mein Impuls ist auf jeden Fall, dass es nicht mehr so wird, wie es mal war. Also auch diese Reisebranche wird sich gravierend verändern, definitiv. Es wird sich im Arbeitsmarkt, denke ich, sehr, sehr viel verändern. Es wird sehr viel aufs Digitale halt übergehen. Man kann sich eigentlich manchmal gar nicht so richtig vorstellen, was so auf einen zukommt. Aber hier ist es, denke ich, wichtig, dass man einfach immer das Beste draus macht. Aber es wird sich bestimmt sehr, sehr viel verändern. Das werden auch sehr viele durch ihre Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, diesen Plan B vielleicht erst mal suchen. Und es gibt ja auch, gerade wenn ich jetzt so an die Gaststätten oder so denke, da sind ja auch ganz viele Jobs weggefallen, die einfach mal so zwei, dreihundert Euro dazu verdient haben, um ihre Familie ja überhaupt durch den Monat zu bringen. Und das ist ja jetzt alles weggefallen. Und da muss ich sagen, im Network Marketing Ding, da hat man ja einfach die Chance zu sorgen, wie du vorhin schon gesagt hast, man startet halt klein und man fängt erst mal an, sich mal so ein Einkommen von 300 bis 500 Euro vielleicht aufzubauen. Und das aufs Jahr gerechnet, kommt man ja auch irgendwo auf ein schönes Sümmchen, sag ich mal, wo man dann vielleicht, wenn es wieder geht, auch mal einen Familienurlaub bezahlen kann. Oder halt einfach monatlich die Kosten zu decken. Das ist für viele ganz, ganz wichtig. Und wer dann ja Gefallen an dem Network Marketing findet, dann hat er ja alle Möglichkeiten der Welt und kann sein selbstbestimmtes Einkommen sich aufbauen. Also ich denke, dieses Network Marketing ist auf jeden Fall ein ganz großer Bereich, der unheimlich wachsen wird. Absolut. Also ich würde das komplett auch so unterschreiben, auf jeden Fall. Man darf heute out of the box denken und sich eben aber auch hier wirklich auch nochmal mit Menschen umgeben, so wie auch du es so schön gesagt hast, die positiv sind. Die vielleicht, die schon mehr haben, wie man selbst. Ich denke, das ist auch immer was ganz Wichtiges. Ein Coach hat mal gesagt, wenn du der Klügste im Raum bist, hast du was falsch gemacht. Und das ist ja natürlich auch, wenn wir uns so weiterentwickeln, denken wir immer, wow, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Am Ende des Tages ist es nicht so. Aber es macht halt immer Sinn, sich natürlich auch mit Menschen zu umgeben, die einfach schon weiter sind, die schon größer gedacht haben und die eben auch schon erfolgreicher sind. Weil am Ende des Tages lernen wir von denen. Und natürlich auch im Network Marketing, du baust dir dein Team auf, dein Team lernt von dir. Und irgendwann lernt ein Teampartner von dir, also der schreibt dann wieder Leute ein und der lernt dann von dem. Und das ist einfach auch was superschönes. Das ist ganz wichtig, überhaupt im Network Neugedingt, dass man sich immer an den Menschen orientiert, wo man selbst hin will. Und halt auch an den positiven Menschen, wo ich sage, mit denen kann ich gut. Und das liebe ich halt auch so bei WM. Egal wen, du rufst den einfach an, egal ob der jetzt in deiner Strukturs oder wo ganz anders, du kriegst immer Hilfe. Immer. Also das schätze ich sehr an den Menschen auch, dass die so offen sind und ihr Wissen weitergeben, da gibt es nicht. Nee, das sage ich doch nicht oder so. Überhaupt nicht. Du findest immer welche, die dir helfen. Und das ist wichtig, dass man sich an den Menschen orientiert, die da sind, wo du hin willst. Superschöne abschließende Worte. Liebe Claudia, ich danke dir von Herzen für deine Zeit. Für mich bist du eine absolute Powerfrau und eine wirklich herzliche, liebe Dame. Und ich hoffe sehr, dass wir uns bald sehen, endlich mal live kennenlernen. Ich freue mich riesig. Dankeschön für deine Zeit. Und liebe Zuhörer, alle Daten für die liebe Claudia werden verlinkt. Ihr könnt sie gerne kontaktieren. Und wir wünschen euch einen ganz, ganz tollen Tag oder eine tolle Nacht, je nachdem, wann ihr den Podcast hörst. Alles Liebe, eure Sabrina und eure Claudia Grund. Bleibt schön gesund. Und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Interview und hat mir unheimlich viel Sport gemacht und ganz viel Freude bereitet. Danke, danke, danke. Sehr gerne.